Musik Wir sprechen hier von einem Großprojekt, das doch auch einzigartig ist für uns in diesem Umfang. Wir werden hier 120 Kilometer Gleis bauen, im Gesamtprojekt eine Größenordnung von ca. 250 Millionen. Demut gegenüber der Aufgabe, sehr viel Demut gegenüber all den lieben, guten Kollegen und ein nicht enden wollendes Maß an Freude an der Aufgabe. Ich bin als Projektleiter die Sage extrem stolz darauf, mit sehr vielen, sehr kompetenten Menschen hier arbeiten zu dürfen, die jeden Tag aufs Neue ihr Bestes geben. Besonders stolz macht mich, Teil dieses großen Projektes zu sein und irgendwann zu sehen, dass der ICE hier durchrollt. Musik Stolz macht mich natürlich, wenn die Lüftungsanlagen montiert sind, wenn die ersten Kabel gezogen werden, die Schaltschränke montiert werden. Und das Ganze, was man im Planungsprozess Schritt für Schritt erarbeitet hat, langsam entsteht. Natürlich den täglichen Fortschritt zu sehen, zu sehen, dass wir gut vorankommen. Erklicken wir uns jetzt mal, wenn eine Abnahme gut funktioniert. Wenn am Monatsende keine Unfallsberichte am Tisch liegen, dass die Arbeit sicher und ordentlich verläuft. Es ist wirklich eine Ehre für uns alle, die wir hier sind, vor allem für uns Mitglieder der Projektleitung, mit den Leuten hier zu arbeiten. Wir sind sehr, sehr stolz, Teil dieses Teams zu sein und ich freue mich auf das, was noch kommt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020